Was ist das Landrat des Ennebruhrkreises? Als Landrat des Ennebruhrkreises sage ich herzlichen Glückwunsch, neue Stadt Hattingen. Vor 50 Jahren wurde nicht nur Spockhöfel, nicht nur Wetter, sondern auch Hattingen geschaffen in der heutigen Form mit dem Gesetz zur Neubildung des Ennebruhrkreises. Nicht nur die Stadt, sondern alle Stadtteile, wie wir sie heute kennen, kamen zusammen. Eine Liebesgeschichte, wie ich hoffe, und noch weitere 100, 200 und 300 Jahre alles Gute Hattingen.